Und damit herzlich willkommen zurück zu Legend of Legaia, wenn es nur immer so gut laufen würde. Ah, okay, noch mehr Dramm. Und was erwartet uns dieses Mal Aluru? Okay, ich glaube, den haben noch nicht so viele. Nein, du nicht und du auch nicht. Genau, okay. Dann streitet erstmal rum. Ich müsste mal wieder Hygnen. Ja, noch zwei solcher Angriffe und sie werden weg. Ich glaube, ich heil direkt drunter. Schönes Ding, Gala. Schönes Ding. Ähm, wo ist denn hier? Ähm, wahrscheinlich Nummer B jetzt. Und du greifst an Nummer C, der noch unverletzt ist bisher. Ah!Á, daha invece! Ah! Unverletzt estoy? Das war's für heute. Okay, Zauberkraft, du suchst dich an Aluru und du, ja, machst ein Häuschen. Na, jetzt blockt das Vieh auch noch. Du Feigling! Okay, den haben... Hat den überhaupt schon einer? Okay... Waren hat er? Was hat er eigentlich nicht? Ähm... Noah braucht eine noch und... Gala... Hat er auch noch nicht. Gak, 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 Gak! Gak, Gak... Gak, 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 Gak... Schade, hat doch bisher immer so schön geklappt. Ja, 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 ja! Ja, 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 ja. ein bisschen in der Nase. Eigentlich müssten die anderen auch mal ein bisschen heilen, damit im Worst Case, wenn das Mana bei war, alle ist, alle was können. Aber gut. Yeah, sehr schön. Nur haben sie alle. Und gar, das Level ist noch erhöht. Das ist ja wie Weihnachten. Jetzt muss ich gleich mal schauen. Magie. Das ist auch fies. Der ist Level 1, obwohl sie mit Level 3 gefangen haben. Naja. Wieviel brauchen die anderen noch an XP? Ähm, 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 ähm. Status. Das wird auch im nächsten Kampf, wenn ich das so sehe. Nur, braucht noch eine Weile. Und, golla, gut. Hat man ja gerade erst. Gut, dann weiter im Text. Okay. Wer hat den alles schon? Der ja. Wie immer eigentlich. Musura hier auch. Okay. Und Osma hat... Ihn auch. Okay. Mal sehen, wie sie sich schlagen. Okay. Oh Gott. Okay. Oh Gott. Geh! Geh! ok standard also so zwei angriffe pro passend uuuhu gleich beide also was ich sagen wollte standard zwei angriffe von zwei personen ein blutwasserfall auch nicht schlecht ok haben auch alle können wir überspringen und sie hat ihre chance wieder nicht genutzt schade achso ein gleich noch mal hin So, was gibt's hier Schönes? Oh, der Hohesiegel, okay. Sozusagen ein Helm für Warn, okay. Okay, den hatten glaube ich auch alle jetzt. So, gut, können wir uns sozusagen auch wieder überspringen. Willst du? Natürlich wollen wir hier reinspringen. Äh, links, rechts, links, rechts. Äh. Hallo, ich will hier raus. Geht doch. Jetzt lande ich doch bestimmt wieder unten und muss den ganzen Weg nochmal laufen. Na ja, klar. Okay. Dann, äh, sehen wir uns wieder am Abzweig. Und jetzt rechts rum zur nächsten Kiste. Lasst mich hier raus, lasst mich hier raus, lasst mich hier raus. Ich will hier raus. Geht doch. Ich will nicht noch eine R-Runde drehen. War also Helm, ne? Das kann ja dann bloß noch Ghana sein. Und jetzt komme ich bestimmt wieder unten an diesen tollen Steg oder was auch immer das sein soll. Gut, dann schauen wir uns doch gleich mal die neue Ausrüstung an. Ach, wieder Aluru. Na gut. Okay, der Helm hat was. Die Feder sieht ein bisschen seltsam aus. Und wieder nicht aufgenommen. Schade. Oder hat sie es doch schon und ich habe sie überblättert. Immer wieder, immer wieder. So, du machst, was du am besten kannst. Du holst dir jetzt endlich ein Aluru. Und du und du... Hm. Ja, genau das. Nein, du holst dich jetzt hin, Aluru. Okay. Okay. Und du holst dich jetzt hin. Ich würde sagen, das war's dann auch mal wieder für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Uh, hier kann man sogar speichern. Lohnt sich ja richtig. Okay, also. Genau, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Kommentar da lassen. Daumen da lassen. Und Video teilen. Macht's gut. Bis dahin. 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 Bis zum nächsten Mal.